moin was klappt ich bin zu euren nächsten komm zu einem neuen video auf meinem kanal herzlich komm zu einem neuen projekt mit dem lieben systemcraft hallo was geht da freunde herz willkommen zu minecraft sky ich glaube man sich doch jeder gefreut ich habe ihn entfernt ich wollte das nicht ich wollte das nicht ich bleibe hier oben stehen ich bleibe hier oben stehen falls ihr minecraft sky nicht kennt man startet halt nur mit diesen wunderschönen sein bäumchen hier ein süßes kleinen bäumchen ich kenne mich mit diesem modpack gar nicht aus also ich überhaupt nicht oh mein gott auch nicht ich dachte du könntest du gut aus zwar so ein bisschen gelogen maybe also corny kennt sich so einigermaßen mit aus ich kenne mich gar nicht damit aus und dann werden wir zusammen das zocken oder wir haben uns alle gefreut also freundet falls ihr mich gar nicht kennt man startet hier auch in einem wunderschönen kleinen baum weiter nach vorne arbeiten und ja mit ganz tollen vielen modpacks und ich gebe dir was cooles ok immer das immer das bau damit die liebs auf das geht ja unglaublich schnell ich bekomme da nicht raus ja das denke ich das sollte eigentlich die chance erhöhen da was raus zu bekommen aber naja und jetzt was machen wir ja jetzt sind wir halt haben ja wie es nicht so schlimm aber gott sei dank habe ich die sapling ich habe auch zwei ja also was müssen jetzt als erstes machen wenn wir müssen ja produzieren wie produziert man erde in dem man liebs kompostiert und dadurch brauchen wir erstmal ließ und die blätter direkt und wenn das fertig ist dann haben wir dort und dann können wir mehr der von der zeit und trotzdem mehr holz ja ich bräuchte dann mal vielleicht noch ein bisschen holz hast du ein bisschen wenn wir runter fallen können wir nicht irgendwie hunger wieder generieren das mit einer mod gepflegt also wir brauchen wirklich essen das ist doof aber chance für äpfel steigt auch wenn man den cook abbaut ja ich habe ein apel nice ja wir können auch noch wir müssen uns sowieso noch bessere also essens ja sachen überlegen aber erstmal würde ich unmengen an dirt produzieren das glaube ich das schlauste mit das ganze spiel mehr auf der in der 1 7.10 falls ich nicht wusste 1 7 10 ist eigentlich eine 1 der geilsten version von mods ja klar also da gibt es halt die meisten aber ich habe auch ein apfel neues lol warte mal wenn wenn ein item mit dem du grad baust leer ist und da ist irgend ein anderes und dein hopper ist ein switcher automotiv ja hast du ein ziel und so komischen wohnen weil jetzt erst wichtig das wichtig was machen wir mit den würmern mit den würmern machen wir halt infizieren wir bäume um ähm fäden zu bekommen achso ja ob wir uns dafür bäume infizieren äh ich hab einen ich hab einen ich hab einen kannst du den zielkorn? ok stopp ne ja den kannst du erst essen wenn du ihn guckt also theoretisch kann man den echt essen ähm aber erstmal lieber verwenden ah ich sehs cool und das überträgt sich dann einfach oder was? ja und hier müssen wir möglichst äh weit abbauen damit sich das hier nicht drauf überträgt das ist riesig ein baum konstrukt du brauchst vier crafting table mhm alles klar ok dann mach ich mir jetzt vier crafting table ok vier nein nein du nicht okaaaay die musst du dann gerade in dein crafting event verpacken und hast du eine crafting station öff öff oh ich dachte oh ja passt pack die daneben wir brauchen sowieso zwei drin hat jeder eine und weil da drin bleiben sachen die du da rein liegst bleiben da drin dann würde ich wenn ich jetzt quasi ne chest mache also machen will zack und dann ah das ist cool das ist cool die werden ja richtig weiß ja klar die werden die sind am ende ganz weiß so brauchen das das und das so also zuerst mal wir müssen die ganzen wir müssen die ganzen ok das machst du jetzt ok mhm du schaffst das glaub ich ja was mach ich also nimm mal du brauchst diese du brauchst diese äh 3 von den dingern ok also zack 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 ok was mach ich jetzt mit denen blanker so du gehst jetzt erstmal in den ähm nicht in den parkfilter in den stencil table genau und dann guckst und ne stopp bevor du das machst äh lass das ding da drin es bleibt da drin du kannst erstmal zu dem gehen ja und da dann auf die äh auf die hatchet äh hatchet oder methock methock geht methock ist ähm einfach ja methock ist quasi so alle werkzeuge in einem ne oder einfach so eine axt also eine axt ist halt ich nehme den head methock also ein hatchet ok dann nimmst du ein methock und methock äh dafür nein 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 dafür brauchst du halt gut dafür brauchst du da steht rechts ne du brauchst eine axe eine axe einen shovel hat und einen handle ok also axe hat und dafür brauchst du jetzt erstmal die formen kannst du den klingelton ausmachen vielen dank axe hat shovel hat und handle also ok also einfach hier reingehen dann erstmal das erste ist ein händler ne das ganze erste ja das erste ist ja toolrot genau toolrot also kostet dann ein axe pattern das ist das oder mhm das axe hat und jetzt den shovel hat shovel hat und wenn ich jetzt die hier reinlege ne was dann äh du brauchst äh du brauchst erstmal du musst jetzt die ganzen äh teile bauen du brauchst die toolrot eigentlich gar nicht glaube ich äh nein nein machs nicht du brauchst nicht machen ähm du brauchst nur ein stick ein stick nein erstmal pack der erstmal nur die axe hat nur die axe hat axe hat und hast du jetzt schon shovel hat ja was hast du jetzt alles ja dann mach ich das 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 du musst es erst auswählen da du musst es auswählen achso ja ja mhm zack zack und magic ja magic du hast jetzt massig äh von diesen patterns im inventar oder ja heute ist dein glückstag pack die alle da rein mit pattern shit mit pattern shit da kannst du unendlich da kannst du unendlich patterns reinpacken nein das da kannst du unendlich patterns reinmachen das ist nice da kriegen wir gleich diese dinge ne also die ganzen äh fäden ne und du kannst gleich einfach mal die alle abbauen knapp ähm du kannst bei dir auch solchen coolen tipp geben wir haben jetzt ganz gut viel holz ne ich hab gar kein holz ähm wenn man hier an die kraft die station reingehaut und direkt diese feste genau genau ist auch ganz geil hab ich also gut gemacht je boi also jetzt jetzt kommen da pferden raus was machen wir mit pferden äh pferden also damit bauen wir gleich nämlich einen sieb also ein sieb und damit können wir zum beispiel aus ähm wie heißt das aus dirt äh aus dirt genau kleine steine kriegen ok also äh eins zwei drei vier wie viel brauchen wir wie viel ähm genau ahja wie viel äh wie nennt man das mann strings fäden so ganz äh also den ganzen baum am besten ähm wie viel wie viel brauchen wir einfach ein oh ok äh achso in die kraft sind die wie viel brauchen wir ich weiß jetzt nicht genau war das ich kann mal kurz gucken ähm wir brauchen insgesamt 18 oh das sieht schwierig aus ich glaube ja 18 wirklich mhm wie gut ja hab ich gut gemacht ich weiß gut warte ich muss mal kurz den sound bisschen lauter machen lauter ja noch lauter mein sound ist halt schon so maximal laut ne ne es geht mir ums ding abbauen ne es geht mir ums ding abbauen ja same warte mal laut ich will es jetzt wissen ob dieser baum ob dieser baum jetzt noch so ultra hoch wachsen kann ach und btw wenn deine magic fast kaputt ist kannst du einfach wieder reparieren ne ok cool oh du packst leaves in die barrels rein ja ok verstehe schon da ist man halt immer voll in seinem element ja mann ich auch immer das ist eigentlich meine heatnicks die Beschäftigung ganz geil ne eigentlich nicht so oder gar nicht ja ich finde das voll geil ja ja ok wenn du meinst ja weder wir mag ja aber das dafür brauchen wir einfach nicht so viel die äh pack dir auch mal wie ich sag ja geht das ohne das Schiff zu drücken maybe hallo ja und das wird jetzt Wasser mhm dicker also mhm kann ich paar Äpfel öffnen kann ich paar Äpfel öffnen ja klar ist öffnen ist öffnen das war neun Scheren gerade gemacht so leute ich hoffe euch hat die erste Folge von Minecraft Sky gefallen wir haben hier kurz so ne äh band hingebaut an der wir uns ran stellen können für die Autos und ja wenn es euch gefallen hat genau wenn es die Folge gefallen hat würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Meter oder Abend und Conny hast du noch irgendwas zu sagen? ein Like doch genau würde mich freuen würden mich freuen und sonst bis zur nächsten Folge Minecraft Sky euer Neddachs tschüss tschüss